Hallo, in meinem heutigen Video geht es um das Erkennen von Lügnern anhand der Augenbewegungen. Diese Methode ist bekannt aus dem NLP und ist auch firmiert unter dem Namen die Methode der Augenzugangshinweise. Die Theorie dieser Technik, die besagt, dass bestimmte Arten, worüber ein Mensch nachdenkt, löst unterschiedliche Augenbewegungen aus. Man sagt zum Beispiel, wenn man eine Frage stellt, wie würde dein Traumhaus aussehen, dann gucken die meisten Leute in diese Richtung mit den Augen aus ihrer Sicht nach rechts oben. Wenn man jedoch fragt, wie sah das Haus aus, in dem du in deiner Kindheit gewohnt hast, dann gucken sie in diese Richtung. Es gibt die Fantasieseite und es gibt die Realitätsseite, die sich aus echten Erinnerungen speist. Die Behauptung von den NLPlern ist jetzt, okay, wenn sich ein Lügner denkt sich Sachen aus, also guckt er da hin und einer, der die Wahrheit sagt, der sucht in echten Erinnerungen und der guckt eben in diese Richtung. Was soll man davon halten? Also ich war einmal, bevor ich mit dem Thema Lügen erkennen mich auseinandergesetzt habe, in einem NLP-Seminar. Und da hatten wir uns eben verschiedene Fragen gegeben, wie zum Beispiel, wie hört sich dein Lieblingslied an und wie würde es klingen, wenn jetzt dieser Stift nach unten fällt? Und wie würde dein Traumhaus aussehen oder nach alten Erinnerungen gefragt und so weiter. Ja, also die ganze Kette durchgemacht. Und es war tatsächlich so, dass mit den Augenbewegungen hat bei den verschiedenen Fragen immer unterschiedliche Richtungen angenommen, so wie es das NLP auch vorausgesagt hat. Allerdings bezieht sich das nur auf eine Frage. Und ich weiß nicht, ob das bei zehn Fragen auch konstant so bleiben würde. Und das andere ist, Lügner erzählen nicht zwangsläufig ausgedachte Geschichten, sondern es kann ja sein, dass sie echte Erinnerungen mit Fantasieanteilen vermischen. Oder einfach, anstatt das zu erzählen, was sie gestern wirklich gemacht haben, das erzählen, was sie vorgestern gemacht haben. Deswegen schon mal ein Risiko. Aber brauchen wir jetzt gar nicht mehr drüber zu diskutieren. Denn es gibt eine wissenschaftliche Studie, wo dieses komplette Verfahren widerlegt wurde. So einfach ist es. Den Link dazu, den werde ich euch in der Beschreibung mit posten. Deswegen, ja, ich fasse es nochmal zusammen. Die Methode der Augenzugangshinweise funktioniert nicht beim Erkennen von Lügen. Und ich erinnere mich noch an eine der ersten Folgen, war das von Light to Me zum Beispiel. Da hat auch der Cal Lightman einen Verdächtigen befragt und sich die Augenbewegung angeschaut. Er hat aber nicht anhand der Blickrichtung daraus geschlossen, ob der jetzt lügt oder nicht. Sondern er hat nur untersucht, ob er in der Erinnerung kramt oder ob er mit seinen Gedanken sein Gehirn durchforsten. Oder ob dieser Junge da irgendwie ihn direkt anguckt. Und bei dieser einen Frage hat er ihn tatsächlich direkt angeguckt und bei der anderen sich mit den Augen bewegt. Und da wusste er, ah ja, bei der Frage, da hat er geistige Arbeit verrichtet. Und bei der anderen Frage, das muss er sich wahrscheinlich wohl ausgedacht haben. Aber es ging nicht um die Augenbewegungen. Deswegen, ich wäre vorsichtig, jemanden mit dieser Methode zu arbeiten und dann irgendwelche Urteile über Wahrheit oder Lüge zu fällen. Deswegen, schreibt es euch hinter die Ohren. Die Methode der Augenzugangshinweise funktioniert nicht, um Lügner zu erkennen. Tja, schade, ich hätte es nämlich auch, wäre auch gern durch die Welt gegangen mit dem Wissen, dass da der lügt und der nicht. Aber, naja, ist nun mal so. Und wenn, sobald ich irgendeine Methode gefunden habe, mit der man einen Lügner sicher entlarven kann, seid ihr die Ersten, die es hier erfahren werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen.